Herzlich Willkommen zum Bausimulator in der Gold-Edge-Edge. Mit dabei ist wieder der Basti. Und wir sind immer noch beschäftigt mit der Brücke. Was auch sonst. Ich mache die Augen zu Schönheitsschlag. So, wieder eine Runde gießen. Yay! Ich sehe einfach nicht, wo ich... Ah, jetzt geht's. Ja klar, jetzt hänge ich. Ich hänge. Ja. Komplett, aber... Ja. Ah, du... Arschlauch. Du bist ein bisschen so nah ran gefahren, glaube ich. Ihr kommt bitte fahr. Einfach mal zurücksetzen. Nicht wieder irgendwo hin, bloß zurücksetzen. Ja, fahr. Dann fahr ich auch so rein, ich blöde mal. Dann ergebe ich mir noch Mühe. Ich bin nur der Messer. Gib mir Komplimente. Schöne Benutzeroberfläche. Und sie machen mir ein Angebot, das Freude deckt. 99% reduziert auf mein Äußeres. Ich muss nie Sachen pissen. Habe ich Hunger? Gibt es Kochwäsche? Manche tragen nur dieselben Schrottfetzen. Ich trage jeden Tag was anderes. Stoffwechsel. Frag mich, wie alt die sind, die meine Kleider nähen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Tja, denn Kleider machen Leute. Doch die Leute, die die Kleider machen, leisten sich bis heute leider weniger Designerjacken. Ich schweife ab. Spiegel im Handy. Bin ich der King? Der Spiegel zöger zeigen. Dann beginnt er zu singen. Du bist schön, aber dafür kannst du nicht. Weder lesen, noch schreiben, noch was anderes. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Du kannst nicht mal was dafür. Dafür kannst du nichts. Im Frühling denkt das Würstlein. Wär nicht leiden. Es muss schön sein. Ich hab mich wohl verhört. Wie bitte? Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Weder lesen, noch schreiben, noch was anderes. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Du kannst nicht mal was dafür. Dafür kannst du nichts. Im Frühling denkt das Würstlein. Wär nicht leiden. Wär nicht leiden. Es muss schön sein. Gib mir ein schlaues Wund. Ich mach die Augen zu Schönheitsschlag. Zeig mir den Staupel Blumen. Ich mach die Augen zu Schönheitsschlag. Ich mach die Augen zu Schönheitsschlag. Gib mir ein schlaues Wund. Ich mach die Augen zu Schönheitsschlag. Ja, auf jeden Fall haben wir ziemlich viel zum Gießen. Ja. Aber da brauchst du dann nur mehr drüberschwenken und nicht mit dem Humboldt umfahren. So, eins noch. Ja. 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 Dann holen wir mal die Pumpe, oder? Oder machen wir das mit der Bomben-Dings? Ja. Machen wir das mit der Bomben, das ist einfacher. Ja. Ja. Ich hab das Ding noch nie benutzt. Ich freu mich mal zu tief rüber. Weil da kann ich jetzt auch einen nehmen. Ja, du kannst mit dem zweiten Graben halt dann, oder? Ja, da muss ich mit dir rüberfahren. Nice. Geht das hier eigentlich, oder? Ja. Der verläuft, der verläuft eh recht schön. Siehst du Musik aus? Hm? Musik aus. Du musst Musik laufen, oder was? Ja. Du musst aber GEMA-frei annehmen, gell? Was muss ich? GEMA-frei. Spotify? Ja. Dann wird das wieder gesperrt, wenn's dann... Ja. Oh, immer quantum enorm sein. Mhm, kapat issued. Okay. Oh, die sind ja hier wieder meine Die Kamera und die Steuerung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020